Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute habe ich für euch einen Saisonrückblick von unserer Saison 2018. Ich bin in diesem Jahr an 16 Turnieren gestartet und es gibt gesamthaft 32 Starts. Davon konnte ich unglaubliche 11 Klassierungen und sogar 2 Siege herausreiten. Ich werde euch jetzt ganz kurz eine Zusammenfassung von jedem Turnier machen. Währenddessen, dass ich euch erzähle, seht ihr ein paar Video-Ausschnitte und Bilder. Angefangen hat unsere Saison im FM2 in Laupen. Das waren zwei Prüfungen FM2. Das ist 80 cm hoch und nur für Freibäge. Im ersten Umgang konnten wir den 8 Rang herausreiten und im zweiten Umgang, in 2 Phasenspringen, sogar den 4. Rang. Wir hatten somit schon 2 Klassierungen für den Finale von Amos, wo man gesamthaft 4 Klassierungen braucht, um sich zu qualifizieren. und die als Anschluss für Musik auf ein paar Mal versch shad shampoo können, Das ist das 8 Rang, wenn man an andere schere, auch ist viel allein, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020